guten tag liebe freunde ich bin alzeria gode der altheiden und begrüße euch heute hier vor meinem haus in fleming ist es leider etwas windig aber ich wollte euch heute mal eine kleine home story machen und zwar wollte ich euch meinen garten zeigen und mein haus von außen und vielleicht wollt ihr euch das mal ansehen damit es nicht so unpersönlich ist wir haben dieses jahr vor allen dingen auch ganz viele fliegenpilze im garten hier seht ihr jetzt mal ein bild wie das haus früher aussah als wir das vor 25 jahren gekauft haben wir haben es ja jetzt inzwischen renoviert wir haben jetzt die fenster wieder zurückgebaut zu historischen holzfenstern wir haben die veranda verschönert und so weiter das kann man sehen wenn man das jetzt so miteinander vergleicht schon hier in meinem vorgarten könnt ihr wunderschöne fliegenpilze bewundern die heiligen pilze die botans ross erzeugt hat hier vor meinen fenstern da hat sich eine interessante pflanze von selbst angesiedelt eine ganz seltene die ich euch mal zeigen will das ist so genannter dipdam eine pflanze die schon seit den 30 jahren unter strengstem naturschutz steht und eigentlich hier in brandenburg gar nicht vorkommt da sind wir also ganz besonders froh dass diese pflanze sich hier bei uns von alleine angesiedelt hat ja hier stehe ich jetzt vor unserem götterhain von meinem götterhain wo ich jeden tag meine tagesgebete mache ich zeige euch den mal ich gehe mal zur seite da sind eben die götterbilder nach dem vorbild von upsala haben wir hier aufgestellt ich habe auch schon manchmal hier gefilmt in älteren videos werdet ihr euch vielleicht daran erinnern hier haben wir im garten auch eine kleine sitzecke wo man zum beispiel mal frühstücken kann oder gäste empfangen kann wie man möchte dahinter haben wir auch einen gartenteich wir haben auch sehr viele stellen für eidechsen aber das ist eine andere sache das wollte ich euch heute gar nicht jetzt so genau erklären gehen wir mal weiter ja hier hinter mir seht ihr die garten seite meines hauses und es ist jetzt völlig von efeu bewachsen und wenn ihr euch die alten fotos anseht die ich euch jetzt gleich zeige dann werdet ihr den unterschied sehen können ja also wir hatten am an die fassade gemacht da waren ja nur so eine schrecklichen asbestplatten dran haben wir fassade neu verputzt und dann haben wir als erstes natürlich den efeu da auch angepflanzt damit der garten schön grün wird gleich hier neben unserer garten seite des hauses seht ihr schon wieder zwei fliegenpilze aber es gibt noch viel mehr ich zeige euch auch noch weitere das sind hier die fliegenpilze in meinem garten die ich im moment habe es wäre noch viel viel mehr werden wir hatten schon mal ein jahr da waren über 60 wir konnten sie dann gar nicht mehr zählen die fliegenpilze sind besonders heilig ich habe auch ein eigenes video gemacht 44 und ich will euch jetzt auch erklären warum das so von bedeutung ist nach der sage aus der gottche hat rotans ross geschnaubt und an der stelle in der wilden jagd in der weihnachtszeit und an der stelle sind nächstes jahr die fliegenpilze entstanden das heißt ein ort wo fliegenpilze sind da es wotan herüber geritten mit seiner wilden jagd das heißt botan selbst ist auch in unseren garten gekommen so verstehen wir das und deswegen sind wir darüber natürlich auch besonders glücklich was ich euch auch noch sagen wollte was so mich sehr geärgert hat in letzter zeit da läuft nämlich eine serie in im arte in französische serie mythen der wikinger und da wird so viel unsinn behauptet das ist also das kann man gar nicht es ist zu viel man kann es nicht mehr verbessern man kann nicht mehr sagen also momenta lecker das sind einfach richtig schlichte fehler ein beispiel da wird dann erzählt wie botan am weltbaum hängt und dann soll mir ein schwer auf ihn geworfen haben das stimmt überhaupt nicht wo dann hink am weltbaum hat sich selbst mit dem schwer gezeichnet und nie mehr war zu der zeit längst ein kopf der gar kein schwer mehr werfen konnte das stimmt also gar nicht dann wird gesagt botan wollte aus dem brunnen mimies einen trunk und da musste er drei dinge bedingungen erfüllen nein musste er nicht er musste nur sein auge geben mehr nicht ja und so weiter und so weiter also da wird überall nur gefabelt und zusammenge- ja ich weiß es nicht ich kann euch nur ganz ganz dringend warnen schaut euch das am besten gar nicht an denn es bringt euch die mythologie eine ganz falsche erklärung lasst es vergisst es ja darüber habe ich mich geärgert dass wir auch mit dem grund das ja ich mache mal wieder schnell zwischendurch mal ein video aber jetzt zeige ich euch noch weitere dinge aus meinem garten ja auch hier in der südlichen spitze meines gartens gibt es fliegenpilze einige kommen erst noch die heißen übrigens auch hexensitz kröten oder poggenstuhl wobei die kröte dann einfach nur für die hexe steht und natürlich auch rabenbrot das ist also auch noch ganz interessant weil der rabe ja wotan geweiht ist ja überall in meinem garten gibt es fliegenpilze und die fliegenpilze heißen ja auch hexensitz oder auch kröten oder poggenstuhl das heißt also die kröte steht dann auch für die hexe sozusagen aber sie heißen auch rabenbrot also sie haben was mit botan zu tun das gibt auch eine sage dass die fliegenpilze aus dem blut der fliehenden hunden entstanden sind als sie sich mit ihren füßen an den hohen turmdächern verletzten das heißt die hunden sind die hühnen und fliehenden hunden sind fliegende hühnen fliegende riesen aber dieses hühnen meint dann auch vorzeitliche wesenheiten nämlich die wilde jagd also die wilde jagd rauscht über die türme durch die luft denn hunden können ja gar nicht durch die luft gehen und dabei ist das dann entstanden also auch wieder die geschichte von der wilden jagd und von wotan ja und wenn ein so ein fliegenpilz ein trichter bildet und sich darin regenwasser sammelt dann soll man das nach drei tagen kann man das dann trinken und dann kann man was seine träume sozusagen bewusst gestalten aber wie gesagt es gibt sehr sehr viele rezepte wie man den fliegenpilz zubereitet wenn ihr mein video 44 guckt und die kommentare da haben ja sehr viele menschen auch ihre erfahrungen geschrieben wissenschaftlich gesichert ist dass man eben die schamanen fünf bis acht pilze genommen haben je nach größe muss man also auch in durchschnittlichen größe nehmen diese hat man getrocknet und damit wandelt sich das ibotein in muszinol und dann kann man das mit milch man hat das mit renntier milch eingenommen kann man das dann nehmen um einen fliegenden rausch zu bekommen aber es geht darum dass man das immer im kultischen bezug macht wir haben im garten natürlich auch essbare boviste flaschen boviste und beutelstäublinge aber die lassen wir natürlich auch stehen in meinem garten gibt es nicht nur den seltenen diptam sondern auch dieses jahr das erste mal den ocker hündigen samt falter also einen sehr sehr seltenen eigentlich schon ausgestorbenen schmetterling den wir dieses jahr erstmals hier gesehen haben und ich wollte eigentlich sagen wenn man mit den göttern versucht in einklang zu leben wenn man die natur in seinem leben einbezieht weil man sagt die götter haben sie geschaffen und die götter wirken in ihr und die geister dann muss sich zwangsläufig ein garten ändern dann wird man keinen zweieinhalb zentimeter langen rasen mehr haben da wird man keine kies schüttungen da irgendwo hinlegen sondern da wird man der natur ihren platz geben und nur da wo irgendwas zu wuchern droht ja dann wird man mal ein bisschen rausnehmen und so kann dann die natur sich auch wieder erholen und deswegen ist das sehr sehr wichtig und ich glaube die altheiden sollten das dann auch versuchen ihre gärten wieder natürlich zu lassen unser garten hat ja die auszeichnung bekommen natur im garten brandenburg also ist schon was besonderes 31 von 32 möglichen punkten haben wir erreicht und insofern will ich euch anregen auch eure gärten entsprechend zu gestalten ich zeige euch auch mal als vergleich ein bild wie unser garten vorher aussah da seht ihr alles kahl nur büffel gras oder wie man das nennt waldried und eigentlich also sehr sehr eine sehr vereinfachte pflanzen welt und so sehen unbenutzte unbewirtschaftete gärten oft aus wenn man sie nicht ein bisschen eingreift und wenn ich jetzt einen gestalteten garten habe mit dem ganz kurzen rasen und so weiter dann ist das auch leider für die natur kein gewinn ich muss aber dazu sagen die ganze arbeit hier hat hauptsächlich meine frau gemacht die sich für den garten besonders interessiert die macht ja auch entsprechende videos darüber ich wollte es euch bloß mal zeigen wie das so ist wenn man als altheide sich so ein kleines haus kauft wie man dann da leben kann wie man das dann schöner machen kann ich habe ja auch die fenster verschönert ich habe hinten das haus ich zeige noch die andere seite das wollte ich euch noch mal zeigen ja ich stehe jetzt hier auf der hofseite meines gartens meines grundstücks und da sind ganz viele birkenpilze dieses jahr gekommen auch schon in früheren jahren neben fliegenpilzen natürlich die sind eigentlich essbar aber wir lassen sie hier stehen damit sie sich ausdehnen können ja und wir hatten auch schon steinpilze aber dieses jahr haben habe ich noch keine gesehen also die natur ist hier sehr vielfältig in unserem naturgarten und das wollte ich euch mal zeigen und ansonsten der hauptgrund war guckt euch nicht diese schreckliche sendung in arte an ja und damit möchte ich mich von euch verabschieden bis zum nächsten mal auf wiedersehen